So, wir hatten folgenden Versuch gemacht und zwar haben wir ein Papierdreieck genommen und haben es auf den Zeigestock gelegt und haben es so austariert, dass wir dann hier Punkte machen konnten. Dann haben wir das ganze Dreieck gedreht, haben eine andere Ecke genommen, haben entsprechende Punkte gemacht und zwar immer da Punkte gemacht, wenn das Dreieck richtig schön austariert war. Das heißt, links und rechts gleich weit runter gehangen hat. Und auch hier und dann haben wir, das sieht man dann in dem anderen Praxisvideo und dann haben wir die Punkte mit den Ecken entsprechend verbunden und dann kam raus, weil es ja links und rechts gleich schwer war, der sogenannte Schwerpunkt. Jetzt haben wir noch darüber diskutiert und haben gesagt, wie macht man das also? Also, wenn ich jetzt hier ein beliebiges Dreieck, habe ich mal eins hin, nehmen wir an so und so und so, also keine Gleichständigkeit, kein gar nichts. Hier habe ich es ein bisschen in 3D dargestellt. Jetzt ist das Dreieck von oben, das ist die sogenannte Draufsicht, das machen wir auf dem Papier. Dann haben wir gesagt, gut, eigentlich ist es ganz einfach, wir müssen bloß folgendes machen. Wir nehmen eine Linie, die sich, die die Seite jeweils halbiert, immer die halbe Seite nimmt und verbinden diese Linie, äh, nicht verbinden diese, Entschuldigung, verbinden diesen Punkt, wo die Seite halbiert wurde, mit dem entgegengesetzten Eckpunkt und erhalten in dem Punkt, wo sich alle kreuzen, den sogenannten Schwerpunkt. Das, ich mache mal in Rot, das hier, dieser Kreuzungspunkt ist der Schwerpunkt. Ich glaube, das ist klar, warum, ne? Diskutieren wir das nochmal kurz durch, bevor wir dann zum sogenannten Mittelpunkt kommen. Ich habe das nochmal bezeichnet hier, das heißt, diese dunkel, diese auberginefarbenen Linien, das sind die Seiten halbierende. Und, deswegen, weil der Mittelpunkt der Seite genommen wird. Das heißt also, ich kann nicht einfach sagen, hier messe ich einen halben Winkel, da einen halben Winkel. Sieht man ja, dass die hier unterschiedlich sind. Ich mache die mal in Knallrot, damit man das sieht. Der Winkel ist nicht gleich dem Winkel. Also, die beiden Winkel sind unterschiedlich, deswegen geht das nicht. Das kann man nicht machen. Mit Winkeln kann man das nicht machen. Da kommen wir dann gleich drauf. Das funktioniert also nicht, sondern wir müssen die Länge der Seite halbieren und mit diesem Punkt, den wir dann gefunden haben, diesen Mittelpunkt der Seite, direkt mit der gegenüberliegenden Ecke verbinden, mit gerader Linie. Und das bei jeder Ecke machen. Und da, wo der Schnittpunkt ist, dann haben wir den sogenannten Schwerpunkt. Ich stelle mal eine Frage. Und zwar, was wäre, wenn ich nur zwei Linien nehme? Genau so. Dann hätte ich zwar auch den Schwerpunkt, aber ich mache praktisch die dritte Linie nur zur Sicherheit, damit ich weiß, ja, weil ich habe genau den Schwerpunkt getroffen. Wenn man nicht ganz so genau konstruiert hat, dann kreuzen die sich nicht richtig. Dann könnte das zum Beispiel dann mal vergrößert so aussehen. Hier kreuzen sie sich und die dritte Linie kommt hier so vorbei. Dann stimmt was nicht. Dann muss ich alle Linien nochmal überprüfen. Könnte die eine, die eine oder die andere falsch sein. Also, wenn sowas passiert, das ist nicht gut, dann ist das nicht der Schwerpunkt. Dann ist er nicht hier. Der könnte nämlich auch hier oder hier sein. Dann kann ich auch nicht sagen, dann nehme ich einfach hier mal so den gedachten Mittelpunkt von diesen drei Schwerpunkten, die ja gar keine sind, sondern da muss ich nochmal neu anfangen. Also das hier, das ist nicht gut. So, okay, das bis dahin. Nochmal Pause. Ja, damit wir dann mal klar sind. Also, das hier, ich schreibe es mal jetzt in blau hin, jetzt wird es noch bunter. Das war der praktische Versuch. Praktischer Versuch. Und das hier, dieses Mittelpunkt bestimmen und entsprechende Linien ziehen, das ist die Konstruktion. So konstruiert man das. Konstruktion, richtig, mit Zirkel und mit allen Drum und Dran, mit allen Schikanen. Wie wir den Mittelpunkt der Seite finden, müsste eigentlich klar sein, wir können es nochmal wiederholen. Den Mittelpunkt einer Seite, ganz egal, wie lang die ist. Ich habe hier irgendwie eine Dreiecksseite, nehmen wir an, hier hinten geht es weiter. Das ist aber jetzt unwichtig. Also, ich möchte eine Strecke halbieren, dann nehme ich entsprechend in eine Zirkelspanne etwas mehr als die Mitte und male zwei Halbkreise. Jetzt steche ich hier ein, Halbkreis und verbinde dann, und hier ist dann der Mittelpunkt der Seite. Also, das ist die übliche Konstruktion mit Zirkel, so kann man ganz egal, ohne zu messen, immer den Mittelpunkt der Seite bestimmen. Das steckt dahinter, den Mittelpunkt der Seite zu finden. Richtig, man kann auch folgendes machen, man verzichtet hier unten auf diese, äh, na, ne, genau, der falsche Weg. Man verzichtet hier unten auf, ähm, auf den unteren Teil der Kreisbögen und muss dann ein Lot fällen, was rechtwinklig hier drauf steht. Aber bevor ich mir die Mühe mache, hier nochmal extra einen rechten Winkel anzulegen und da mir Ungenauigkeiten reinhole, sage ich doch, nee, 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 das mache ich lieber mit vollen Schikanen. Das heißt, wenn ich schon einmal eingestochen habe, kann ich auch einen Halbkreis hier rumziehen und habe es dadurch viel sichere. Und, nicht nur eins, ich habe automatisch einen rechten Winkel, ganz nebenbei. So, und jetzt haben wir einen Versuch gemacht. Und zwar werde ich jetzt mal schnell drei Linien einmalen und zwar werde ich den jeweils hier die Winkel halbieren. Achtung, erste, die grüne, zweite, dritte und siehe da, die kreuzen sich nicht im Schwerpunkt. Wir haben eben noch was anderes gemacht. Wir haben im Schwerpunkt das Dreieck mal auf, auf den Kugelschreiber einfach raufgelegt und siehe da, das war komplett, naja, einigermaßen für unseren Versuch sogar sehr gut, äh, war komplett austariert. Das heißt, das ganze Dreieck war total gerade, schwebte total gerade in der Luft. So, das heißt, dieser grüne Punkt hier, jetzt muss ich den mal hellgrün skizzieren, hier, das ist der sogenannte Mittelpunkt. Und jetzt wissen wir auch, wie wir es machen. Die Konstruktion ist eigentlich ganz einfach. Ich bastel mal wieder ein Dreieck. Irgendein Dreieck, na, damit es nicht rechtwinklig wird, mache ich das mal so. So, ne, jetzt haben wir überhaupt nichts Gleichmäßiges. Und jetzt kommen wir zum Mittelpunkt. Das heißt, ich muss den Winkel halbieren. Wie wir das im Einzelnen machen, zeige ich nochmal. Ich versuche mal hier einigermaßen die Linie hinzukriegen. Jetzt halbiere ich diesen Winkel. Also genau in der Mitte zwischen beiden Schenkeln durchmalen. Und ich mache das hier nochmal, einigermaßen durchmalen. Oh, ich habe relativ gut getroffen. Und siehe da, wie hatte ich den vorhin gemacht? Hellgrün. So, und das ist dann der Mittelpunkt. Im Mittelpunkt das Dreieck irgendwie versuchen, auf eine Spitze zu legen, klappt nicht. Das ist der Mittelpunkt. Also, Mittelpunkt wird so konstruiert. Immer des Dreiecks, ne, wir sind hier bei Dreiecken. Mittelpunkt. Alle. Eigentlich genügen wieder zwei, aber am besten ist alle. Der Kontrollwinkel. Alle Winkel halbieren. Und dann habe ich den Schnittpunkt. Das ist der Trick, wie man es macht. So, wie baut man, wie macht man eine Winkel halbierende? Ganz einfach. Ich habe hier jetzt nur einen Winkel, einen Ausschnitt von einem Dreieck. Ich steche mit dem Zirkel hier ein und mache einen Kreisbogen. Wenn ich diesen Kreisbogen gemacht habe, steche ich, jetzt mache ich es mal hier, das wäre der zweite Schritt, steche hier ein, mache einen Kreisbogen. Steche dann hier ein, mache einen Kreisbogen. Und zum Schluss kann ich das hier, naja, hier sieht man es einigermaßen, kann ich das als Winkel halbierende bezeichnen. Das heißt, der und der Winkel, die sind beide gleich groß. Der und der sind beide gleich groß. Kleinen Moment. Also jetzt nochmal in Kurzform. Erstens, im Schaltepunkt einstechen. Zweitens, im ersten Schnittpunkt einstechen, Bogen machen. Achso, Bogen habe ich vergessen. Plus Bogen. Und hier auch. Dann hier im zweiten Schnittpunkt einstechen, Bogen machen. Auch hier Bogen. Das wäre jetzt die Kurzform. Muss man sich nicht abschreiben. Wenn man das einmal, zweimal gemacht hat, dann weiß man, wie Winkel halbiert werden. Und das Ganze mache ich hier praktisch jedes Mal, sodass das dann so aussähe. Ich hätte dann also hier noch so einen Schnittpunkt und hier einen Schnittpunkt und hier einen Schnittpunkt. Wie groß ich den Radius wähle, wenn ich hier einsteche und hier Kreisbögen mache, ist beinahe egal. Ich darf bloß nicht so einen kleinen Bogen machen, dass die sich nie schneiden würden. Dann hätte es keinen Zweck. Ich muss die Zirkelspanne so groß machen, dass sich hier auch wirklich entsprechend ein Schnittpunkt bildet. An sich ist es ganz leicht. So, Mittelpunkt. Wir werden jetzt nochmal über den Mittelpunkt und über den Schwerpunkt etwas diskutieren. Wozu das alles nützlich ist und wozu man das braucht und was man damit machen kann und so weiter. Und dann mache ich das Video nach einigen Fragen dicht. Aber jetzt erst mal kurze Pause. So, wir haben jetzt folgendes gemacht. Wir haben mal gesagt, was ist denn der Mittelpunkt? Jetzt muss man folgendes tun und zwar den senkrechten Abstand zu der Seite messen. Also hier senkrecht auf der Seite stehend. Dann ist der Abstand gleich dem Abstand. Der muss auch senkrecht gemessen werden. Gleich dem Abstand. Der ist auch senkrecht. Wie misst man den Abstand eines Punktes zu einer Geraden? In dem man ein Lot fällt. Also senkrecht. So, und wie sieht das jetzt mit so einem Geodreieck aus? Das mache ich mal in hellblau oben drüber. Ich lege das Geodreieck so an, dass seine Hilfslinie mit der Seite, diese Mittelhilfslinie, dass die, so liegt mein Geodreieck. Hier habe ich meine Winkeleinteilung und so weiter. Hier Winkeleinteilung. Und hier ist eine Mittellinie. Und jetzt kann ich loslegen. Jetzt liegt die Hilfslinie genau über der zu messenden Seite. Und dann kann ich entsprechend von hier nach hier, jetzt mache ich mal Dunkeldauer, von hier nach hier diesen Abstand messen. Und das mache ich jetzt mal mit jedem Punkt. Und siehe da, er hat jedes Mal den Abstand, den senkrechten Abstand, dieser Mittelpunkt, zur entsprechenden Seite. So, und das ist der Gedanke des Mittelpunktes. So wird er gemessen. Senkrechter Abstand bedeutet das. Senkrecht und dann geht es los. Also, jetzt fahren wir das ganze Ding so hin. Moment, ich habe etwas Falsches gesagt. Klar, Moment. Ich nehme diese Hilfslinie. Und jetzt schiebe ich das Dreieck in die Richtung, so lange und zwar auf der Seite, auf der schwarzen Seite lang fahren. Bis mein Dreieck so zu liegen kommt. So hier. Entschuldigung. Jetzt liegt es so. Und jetzt kann ich von hier bis hier entsprechend messen. Das ist der Haken. Darauf kommt es an. So, ich mache das Video an der Stelle dicht, sonst wird es zu lang. Fassen wir es noch mal kurz zusammen. Das machen wir jetzt aber ohne Video. Es geht um Schwerpunkt und Mittelpunkt und was uns das bringt. So, ich mache das Video an.